2021 check 2022 am start und es sieht wieder schwer danach aus als ob es genauso weiter geht wie es angefangen hat pudrocken aber hey dafür habe ich so ein stapel workshops am start und damit ihr nicht langweilig wird geht es direkt ein bisschen los mit dem thema swing heute abend ukulele workouts episode 19 das sind zwei hände eine hand und noch mal eine hand ohne daumen alter wir machen schwerpunkt swing da bist du dabei und wenn du noch mehr swing willst morgen kommen die classic das ist der alte heulerkram von frank sinatra semi juni dingsbums und wie sie alle heißen bist du dabei und wenn dir das alles nicht reicht du einer von den haaren bist und du so richtig richtig jazz machen willst so jazz alter dann hatte ich noch den absoluten jazz workshop für start die jazz basic jazz standard kram halt und so gut ich würde sagen wie es hoffentlich nicht nur von da nach da sondern bald auch von da nach da würde mich freuen wenn du fragen schreibst es runter in die kommentare wenn du es gut findest machst du einen like und noch besser wäre natürlich du empfiehlst die ganze kack weiter den ich so treibe weil dafür ist er da dass ihr den gut findet see you see you dingsbums wisst du bescheid